Vorsicht, mein Herr! Lieber Freund, niemand sollte so tief sinken, dass er die schönste Gabe der Natur in Zorne von sich wird. Und wenn Sie sich des Weines unbedingt und jetzt und gleich entledigen wollen, ich stehe zur Verfügung. Das ist doch ein Schrottwein, hat nicht mal einen Schraub verschluckt. Aber, aber, pas d'affaires, ja, komm. Wir haben doch alles, alles mitgebracht. Man sagt sich, dass Crème de la Crème haben in der letzten Zeit etwas nachgelassen. Wie waren Sie zufrieden? Sagen Sie mir, was hatten Sie zu behen? Ärger, nichts als Ärger. Na doch, nicht doch, 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 doch. Wir sind doch kultivierte Menschen. Sonst wärst wir doch nicht hier. Merci. Ich habe seinerzeit du Jacques und Truff-Lougie-Bordelais sehr geschätzt. Ja, ja, ja. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime bequem, die kleinen Französinnen. Tee? Ich denke, es gibt Wein. Und was für ein Wein. Das ist ein Saint-Méliot. Chateau Rhaibach. Das ist ein Jahrgang. 1902. Hm? Ja? Oder? Keine Ahnung. 1901. Na, na, das darf doch nicht wahr sein. 1899. Ho, ho, dass mein alter Gaube das noch erleben darf. Was es dieser Wein überhaupt noch gibt? Wissen Sie, was dieser Wein in letzter Auktion in Bordeaux gebracht hat? 9876 Mark und wenn ich nicht eher, 50 Pfennig. 905.